so sind wir ja doch reingekommen was ja auch ganz gut ist eigentlich also so jetzt von vom reinkommen halt so rennen ja noch irgendwelche people rum was ist er denn hier oh 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 wer ist er denn gewesen er geh weg kronkorken kaffeetasse kronkorken glühbirne hier noch ein fusionskern sollte ich vielleicht auch mitnehmen kann ich das nicht knacken naja das schloss sieht stabil aus na klar kriege ich natürlich nicht auf farbdose und unten ja naja ich glaube ich erstmal unten weiter gucken weil das hier noch so gibt da weiß man ja nie wie meine sensoren empfangen einen strengen geruch die ist für sie bestimmt nicht alt meine sensoren empfangen einen strengen geruch die ist für sie laber mich noch nicht voll mit deinem geruch da was ist denn naja fischfabrik hat verlangst eh ah hier ich glaube an diesem den muss ich entsperren ich glaube an diesem Ort gibt es für die Nase richtig was zu tun Tablett Kochplatte Kaffeekanne ah das Commonwealth ein durcheinander nachkrieg da eine kiste mit Klebebutt wat au wo kommt er denn her wo kommt er denn jetzt her hm komisch was haben wir hier noch ein nuka-cola voll-tech lunchbox gummi bonbons ok voll-tech lunchbox ja ich würde sagen äh ich weiß nicht wo drinnen noch hingeht da ist eine Tür dann würde ich sagen gehe ich erstmal da oben hoch damit das ähm auch vernünftig hier gereinigt wird dann gehen wir erstmal nach oben da ist noch so ein Penis kommt raus ihr kämpft wenn ihr euch traut keine Chance zahnbürste hier nuka-cola nehmen wir natürlich auch mit er hat nichts was ist das Kaugummi ist nie verkehrt so ein Kaugummi kann man zwischendurch mal drauf rumkauen so was haben wir hier noch ein Werkzeugkoffer ähm ne noch nicht dann so ja so Patronen sechs stück ey das haben wir aber auch schon glaube ich ja die habe ich die brauche ich nicht mehr Ölkanister Schrank ist leer ok dann gehst du noch weiter nach oben gehen wir weiter nach oben sicher ah boah fall um boah meine Fresse und das für so eine blöde Haarbürste gibt es ja gar nicht jetzt kann ich wieder hier äh gucken dass ich mich irgendwie wieder ja toll Gummibonbons oh man 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 unglaublich so ich habe doch kaum noch Stimpacks ich habe doch kaum noch Stimpacks gucke ich noch Retaway haben wir auch noch so ähm hier bin ich jetzt gewesen hier muss ich noch mal gucken was hier noch rumliegt Nuka Cola Flasche Nuka Cola Flasche Lunchbox oh hier eine Nuka Cola Quantum Naja Schlosserhammer brauche ich nicht tue ich eh nix mit ja dann würde ich sagen können wir jetzt nach unten gehen wir mal gucken was im Keller noch zu finden ist hier waren wir drin da können wir auch noch durch äh jetzt dann noch weiter sonst hacken wir das Ding erstmal ist aber glaube ich nur ein Raum das ist nur ein Räumchen ich glaube da mache ich mal auf hier das Ding Einsteiger Passwort erforderlich ja dann ähm basic ein Treffer ein Treffer Null da war ich wieder raus so was haben wir denn hier mit ein Treffer zwei auch nicht ich weiß auch gar nicht wie da geht ja mit den ganzen anderen Symbolen da kann ja noch was anderes da irgendwie auswählen aber ich weiß auch nicht ob das automatisch jetzt geht was hat er denn zum Beispiel hier ach so versuche zurück gesetzt mhm wie wird denn sonst noch hier so war es noch irgendwas was ist das Falscheintrag entfernt einer Foyer hat zwei Treffer ein ein durch ah Protektoren Steuerung dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco Lizenz vorgesehen der umsachmäße umgang mit Protektoren Einheiten kann bleibende Schäden verursachen Einheiten aktivieren Persönlichkeitsmodus wählen ja weiß ich persönlichkeitsmodus auswählen U-Bahn Begleitung Rechtsvollzug Feuerwehr Erste Hilfe Konstruktion Standard nehmen wir mal Standard Sicherheits Türsteuerung Tür öffnen Tür öffnen ich ich schütze und diene ich schütze und diene ich schütze und diene ja ist ja gut ich weiß es ähm Fusionskern nehmen wir natürlich mit Stinkpack Ritterwelt und äh aufbereitetes Wasser so ist ja oben noch Patronen Improgewehr Plus habe ich aber glaube ich schon günstiger Wunderkleber hm na lassen wir mal liegen dann können wir jetzt ja nach unten gehen was steht er noch Probenkorten die nehmen wir auch noch mit was das gerollter Boston Bagger oder was weiß ich was das ist so na komm mal mit du Kasten wir gehen jetzt nach unten eben das Ding nachladen hier da ist nichts mehr zu holen oh oh was hier was hier was hier was hier was hier was hier eine bravoreische Vorstellung na gut na gut da ich den mitgenommen hab ey Aluminiumdose brauche ich nicht ach nehmen wir mal alles mit hab ich nur die Tür aufgemacht was mit der hier die bekomme ich so nicht auf die bekomme ich so nicht auf kann ich die nicht aufsprengen wäre auch ganz gut das wird ein Spaß scheiße was nichts gemacht was hier was hier was hier ist der schon wieder ey ah das ist lieber eine Taschenuhr oder der noch aha Klammer nehmen wir natürlich mit hey ich höre aufmerksam zu hier drüben natürlich man komm her bin dabei äh war da grad irgendwas so war auch das Ding ok nee ich brauche jetzt nicht weiter mit dem reden da ist eine Tür wo ich lang kann hier auch noch hier ist ein scheiß Haus scheiß Haus da gibt es nichts Schraubenzieher günstiger Wunderkleber äh Kleber Einkaufskorb hm was haben wir hier noch nix geh mal weg Vorkriegsgeld nehmen wir auch nichts äh äh Schrank ist nix drin da oben schnappt ihr was nützliches warte echt gibt es ja gar nicht von Korken mitnehmen so komm weiter hier ist nix da müssen wir hier rum muss ich hier rum kommen wir nicht von hier na hier war ich noch gar nicht Telefon Kuchen Stift Kuchen nehmen wir auch alles mit was das nix von wo komme ich denn jetzt Mist na ich glaube von hier von da komme ich glaube ich dann gehen wir mal hier rum da waren wir auch ähm ich bin hier gerade irgendwie äh falsch kam ich hier gerade irgendwo wieder raus und hier komme ich auf jeden Fall nicht doch ähm 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 wo muss ich denn hier machen hier ist doch nix mehr ähm 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 ich bin hier durch oder ich kann nochmal nach unten gehen nochmal systematisch ablaufen aber ich muss da rein und da komme ich aber nicht rein abgeschlossen weil das zu stark ist so gehen wir mal hier rum einmal hier einmal hier so dann kann man hier rein da geht es aber wieder nach oben da waren wir ja gerade kann man Licht anmachen ah dann kommen wir wieder nach oben dann äh bin ich ja überall gewesen so dann kommen wir wieder zurück wahrscheinlich muss ich nämlich da oben rein weil also ich wüsste jetzt nicht was ich hier noch irgendwo holen sollte ich bin hier überall gewesen hier ist nichts mehr und ganz nach oben komme ich ja nicht und ich habe es doch auch noch gar nicht abgeschlossen also bin ja wohl noch nicht ganz fertig jetzt na ich kann ja mal gucken was haben wir denn noch verschafft ihr zugang zum Marowskis Chemnlabor aber ich komme da oben noch nicht rein ich kann ja mal hier zu äh Cambridge da könnte man natürlich auch noch hin ich kann ja mal zurück nach Oberland wo ist denn Oberland wo ist denn Oberland nehmen wir mal da äh ja da reisen wir hin soo wo sind sie denn da ich nehme hier so ein paar äh Dinger pflanzen hier hast du dich schon um diese Raider kümmern können ja ja Moment ich muss eben hier ein paar Dinger aufpflanzen äh pflücken die Farm ist nichts besonderes aber immerhin etwas ja und ich habe auch schon alles abgeerntet ich habe diese Raider für euch erledigt mhm wirklich? ja nun das sind die besten Neuigkeiten die ich seit langem gehört habe ach übrigens wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen die Minutemen zu unterstützen ich denke das ganze hat noch eine Chance verdient nur wenn wir zusammenhalten wird es irgendwann besser werden handeln wir schieß los handeln was hast du denn? h-klammer na eine sieben schrotpatronen so habe ich noch irgendwas für die hier eine Aluminiumdose kannst du haben brauch ich nicht DC Wache da haben wir vielleicht noch irgendwie irgendwas doppelt was ich nicht brauche so weit hier ja ich glaube mehr haben wir noch gar nicht Räderrüstung oh ich hätte ja gar nichts zum handeln wie sollte es gehen? eh lagern ah da bringt ja gar nichts das bringt gar nichts so ähm da muss ich wieder zurück wa? na höchstwahrscheinlich Sanctuary soll ich da hin laufen? ne NEH ich reise mal dahin dann geht das ein bisschen schneller brauche ich nicht ständig da irgendwo durch den sumpf laufen ich meine das was ich schon entdeckt habe da kann ich ja ruhig hin zurück reisen was ich nicht entdeckt habe da kann man ja hinlaufen man kann natürlich auch so zwischendurch wohin laufen wenn man lust hat ist auch nicht das problem wo ist er denn da hallo kommt langsam wieder so richtig in schwung ich habe die raider erledigt die die siedlung bedroht haben zu der du mich geschickt hast die leute dort haben beschlossen sich uns anzuschließen das sind wunderbare neuigkeiten irgendwann werden wir wieder stark genug sein diesen abschaum endgültig aus dem commonwealth zu vertreiben wie üblich habe ich noch was um dass du dich kümmern könntest ich habe einen etwas anderen auftrag für dich unsere späher haben eine vielversprechende stelle für eine neue siedlung gefunden das problem ist aber dass dort irgendwelche bösartigen viecher leben sobald du alles gesäumert hast platziere einen funkleidstrahl und informiert die siedler darüber und bevor du dich versiehst haben wir da eine neue farm statt des ödlands wir holen uns das commonwealth zurück stück für stück ja ok wo muss ich hin dahin du bist an diesen ort hier gebunden kind kind ich weiß warum wohne ich auch hier was hat denn ein gammel carla wirst du denn tschuldigung was willst du hier willst du handeln mich ausrauben oder nach dem weg nach diamond city fragen handeln dann lass mal sehen was du so hast so ich habe von allem etwas patronen sind immer gut her damit das ist immer gut so da war noch wir haben h klammern auch immer ganz gut kamera brauche ich nicht ladung asbest wartung schallkreise ja die hat echt viel maschinenpistole die habe ich doch auch irgendwo maschinenpistole hier 10 57 127 drei kreuze das ist alles das gleiche so wie es aussieht ok kannst aber hier die den point haben den ich nicht brauche der kampfmesser brauche ich eigentlich auch nicht brauche ich noch nicht achter kugel brauche ich auch nicht für den ganzen patronen die behalte ich natürlich weil die brauche ich ja noch die räder rüstung alles kram war ich nicht brauche stange zigaretten kannst du auch noch haben glückplanke von dem rest habe ich glaube ich eh nur eins ok nehmen wir das mal an 732 über ok du bist an diesen ort hier gebunden ach was deine energie meine energie was meinst du damit ich dachte das hätte ich dir schon gesagt kind ich habe dich aus diesem kühlschrank steigen sehen ich weiß wie du dich fühlst das hier ist nicht deine welt aber du musst in ihr leben das dritte auge kann dir helfen kind es kennt immer die antwort du musst das dritte auge ja jett hier hier hab schon welches gönnst dir ab und zu wohl selbst mal nen kick was nein das wird reichen und jetzt führt mich mein rausch dorthin wo das dritte auge mich braucht in diamond city gibt es antworten aber sie sind gut versteckt du fragst die leute was sie wissen aber ihre herzen sind in ketten von angst und argwohn angelegt aber du findest es du findest das herz das dich zu deinem jungen führen wird ok es ist es ist hell so hell in den finsteren gassen in denen es wandelt das ist es was du tun musst kind folge dem zeichen zum hellen herz das war anstrengender als sonst ich muss mich jetzt ausruhen kind ja mach doch mal so einer dröhnung so ich muss jetzt wohin säuberer starlight drive in wo ist denn das da ok seid ihr am linken oh seid ihr am linken nein nein ja mach doch mal eine markierung und ähm kann ich doch noch irgendwas pflanzen und mal eben gucken wo ich dann irgendwas pflanzen kann hier war noch v drücken so strukturen nein möbel auch nicht dekoration nicht schutz nicht ressourcen wasser essen sonstiges essen sagen wir mal denn hier tattoos haben wir brauchen wir auch noch ein paar von ihm bauen so haben wir noch drei stück so haben wir es genug essen so genug essen jetzt oder muss ich noch mehr haben ich habe keine ahnung so muss ich hin ach so einfach straße erstmal folgen werkstatt menü ne brauche ich nicht aber selbst die sind mit der zeit immer einfacher zu ertragen v halten werkstatt menü ja brauche ich doch nicht mehr bin schon lange weg ach ach ein block ach waren wir ja schon ach hier war ich ja schon jetzt so ein fleisch vom mischlingshund ich muss eigentlich mal wieder was zu essen machen konnte ich da eigentlich ne konnte ich ja gar nicht hab ja keine feuerstelle wenn ich ja zu richtig hab so hier guck mal können wir sogar knopf machen ein bett sollte ich mir vielleicht auch mal hier hin bauen geht das überhaupt hier werkstatt kann ich mir ein bett bauen betten hm was haben wir denn da für ein bett ne einfach eine matratze ne 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 einfach so ein bett hier setzen wir uns einfach mal hier so hin ähm ich weiß nicht genau hier so ist hier nicht irgendwo platz hier ist doch platz guck mal hier steht sogar ein computer drin abbrechen kann ich mir nämlich hier hinlegen zum schlafen chemische kühlbox red rocket terminal wofür auch immer da gut ist ich gehe mir aus dem weg was hat denn hier noch liegen hier noch zigaretten rum na gut ich gehe erstmal weiter auf die straße nachladen welche richtung war das noch concorde ne ich muss nach starlight drive hin ähm ist eh gekennzeichnet müsste ja das ding sein da was jetzt am linken ist ich hoffe man hier wieder so ein viech auftaucht ey die ist dann nämlich nicht so schön weil die sind nämlich nervig wenn wir schon mal rennen können in der kirche noch gar nicht drin in der kirche noch gar nicht drin in der kirche noch gar nicht drin ich gehe mal nach oben was hat denn Impro gewehr den sieht aber auch ziemlich kacke aus was singt der denn rum ja ich würde sagen hier ist eigentlich nichts mehr dann können wir ja weiter äh darum einfach mal querfeldein laufen komm schon irgendwo raus paar meter rennen dann gönnt sich ja sonst nichts ne also rennen wir mal äh ja ich bin gleich da was soll denn da rumrennen ich muss erstmal kurz meine Wumme äh meine Wumme ändern ich weiß nämlich nicht ach so ich bin auch Hilfsmittel ja das ist natürlich äh dumm Pistole 18 18 130 Improvisierte Pistole 13 ich glaube das hat am meisten ja ja gewährt 37 37 ist natürlich schon ein bisschen mehr als 18